Ich meine von Dortmund bis nach Bremen ist ja keine Weite. Ich bin gespannt, wo ich von Bremen aus sind muss. Ich bin schon in Rostock angekommen. Also ich war noch nicht in Österreich. Also ich glaube, da werde ich jetzt demnächst auch mal hinkommen. Was? Wo bist du in Hamburg? Nee, in Rostock. In Rostock. Da habe ich ja angefangen. Ja, schnupfen. Ich fahre ja schon Jute 85 gleich 90. Oh, 90. Bergab, Alter. Junge, hier ist sogar ein... Könnte ich ja bald ein Opel Corsa überholen. Ah, der vor mir hier, der ist ja im hübschen grünen Tank. Der das gleiche liefert. Oder auch nicht. Kommt drauf an. Nee, den kriege ich. Den kriege ich. Den kriege ich. Den Windschatten. Ausgeschert. Mando. Jetzt überhole ich den. Aber. Der weiß ja auch nicht, wie ihm geschieht. Oh. Entschuldigung. Das ist eh so, Baki. Du kannst von dem 50 Meter sein. Und in Scheren. Und der hupt und hält an. Also so weit ist normal nicht logisch. Na, egal. Oh, ich bin schon wieder auf der falsche Spur. Oh, Bremen, ich bin nah. Ich muss jetzt abfahren von der Autobahn. Ah, genau. Da hinten hin. Wohin, du musst, ist deine nächste Tour, Candy? Na, ich muss halt gerade mal abgehen. Ich muss halt mal inparken. Ist für mich ja auch nicht so leicht. Ist ganz lustig eigentlich. Einmal habe ich Gas und Bremse verwechselt. Habe ich den Hänger voll hinten hingehauen, Alter. Und dann war... Hatte ich doch... 500 Euro Schaden gemacht. Oha. Verstoß... Was? Fahrzeug gerannt. Verstoß 150. Komisch mit einer C-Klasse. Komme ich ja einmal frei. C-Klasse. Ich mag C-Klasse eigentlich. So, ihr Auftrag Transport Gummiereifen. Das Depot zum Nord- und Südlager nach Kiel. Boah. Nach Kiel. Sehr super. Denkt dran, Autobahn fahren. Einig... Der hat jetzt von Rost bei Rostock da die 20, wenn es runter geht, nach Berlin. Links runter da, ja. Da zeigt er mir die Strecke so an, damit ich da allein fahren muss. Warte, wie? Wie? Von? Du hast doch... Du hast doch einen komischen Bogen da, diesen... Hinter Rostock auf der 20. Achso, ja, da die Landstraße. Ja, ja. Ja. Zeigt er mir, wie lange fahren muss. Ja, ich weiß, das zeigt er immer an. Weil es eigentlich der kürzeste Weg ist, aber da kannst du nicht so schnell fahren, weil da wenig Überholmöglichkeiten hast. So, ich muss ja mal schalten. Oh, Hans hat wieder geschreit. Hans ist freiberuflich. Dann ist doch gut, dass er freiberuflich ist. Schön für ihn. Vielleicht nicht schön für mich. Ja. Kopf an Kopf rennen. Ach komm, hör auf zu hufen. So, ich bin jetzt da. Ich muss nur noch abgeben. Aber wie gesagt, damit die Multiplayer immer irgendwas finden. Jo, Multiplayer ist wichtig. Und abgegeben. 0 Euro Schaden gemacht. Und ich bin Stufe 2. Juhu. Längst Stufe 2, ich bin schon fast Stufe 3. Oh, hier ist da wie nach Rostock gefahren, Tomaten. Von Bremen, Ovi. Ja, ja. Oh, Hans hat mir bestimmt geschrieben. Jo. Oh, jetzt... Ah, ich kann's sagen. Ich bin jetzt freiberuflich. Schnauze. Achso, nee, für die Zuschauer, dass sie lesen können. Vorlesen hab ich jetzt keine Lust. Hier könnt ihr euch durchlesen. Oh, er kann sogar Smileys machen. Haha. Geil. Na ja, gut. Also ich hab hier keine Ruckerei. Nein, mehr, nee. Auch geil. Ja, seitdem ich das mit denen direkt reinmacht habe, geht das. Wie erbärmlich. Überholt in der C-Klasse LKW. Ich bin kurz vor Ort einpennen. Ah, ich muss so aufmachen, wenn man schon auf den Männchen ging. Ah, ich fahre jetzt erstmal in die Werkstatt. Oh, scheiße. Ah, ich weiß gar nicht. Die Taste war's. Oh, danke. Ja, ich fahre jetzt einfach nur was zum Kürzesstück. Rückwärtsgefahren. Oh. Oh, 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 oh. Einfach mal rasch den Rückwärtsgang reingehauen. Passt das schon wieder. Versuch mal, Mann. Oh, ich hab auch nicht mehr. Versuch mal, äh, Rückwärts einpacken mit selber schalten. Mach ich schon die ganze Zeit. Boah, kann ich nicht. Ich verschalte mich halt übelsthaft. 20 kmh, mehr machen wir was aus, ja. Re-periode. Oh, 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 oh. Hier steht schon LKW. Was hast du gesagt? Dieser 20 kmh, mehr machen schon was aus. Oh, 30. Jo. Das stimmt. Hier bräuchte man Kärz wie bei der Formel 1. Ach so, übrigens, von Hard Red Bull Konstrukteurmeisterschaft jetzt gewonnen, ne? Echt? Jo. Auf der Autobahn fahre ich da hin. Ihr müsst wissen, ich bin ein wahnsinniger Vettel-Fan. Gott sei Dank ist der Weltmeister, also Respekt. Aber ich bin der Meinung, Schumacher ist ziemlich neidisch. Neidisch? Hm, mit Sicherheit. Aber ich meine, da wo Schumacher hinkommen will, da muss er auch mal Vettel hinkommen. Das schafft er. Ah, das ist ein zweiter Schumacher. Ey, ich hatte mit der C-Klasse voll beladen 100 kmh im Bruch. Lack auf. Auch geil. Ich hab schon wieder ein E-Mail. Hast du auch zwei Stück gekriegt? Stellenangebot. Ja. B-Klasse. Annehmen. Ja, sofort. Oh, 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 oh. Abbremsen, 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 abbremsen. Oh, die fahren. Ja, man. Ja, Schwuchtelhupe, geil. Scheiße, ob ich's dreh nicht hoch hier. Kann das gar nicht. Achso, da hat es einen. Achso. Jetzt muss ich halt mal schnell unfair fahren. Achso, ich muss ja noch links.